Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Also gut, zuerst habe ich geträumt, wir hätten zu Hause eine Feier. Alle unsere Freunde waren da, auch Musikanten. Plötzlich, mitten im Traum, weißt du, wer reinkommt? Deine Großmutter Zeitl, Gott hab sie sehen. Meine Großmutter Zeitl? Wie sah sie aus? Oh, für eine Frau, die 30 Jahre tot ist, blende. Ich hab natürlich sofort auf, um sie zu begrüßen. Sie sagte... Wir sehnen, soll hier sein. Hasseltopf, Hasseltopf. Die Zeit, mir wird bald fein. Hasseltopf, Hasseltopf. Als guten Schwiegersohn, geht ihr von mir zum Lohn. Im Schwein, wenn man bekannt sein soll. Lotte, er ist so treu und froh. Hasseltopf, Hasseltopf. Ach, so sanft wie Hasseltopf. Hasseltopf, Hasseltopf. Und darf und still ist er wie ein Fisch im Totenbeer. Er schneidet und er kann sein. Ein Schneider? Das stimmt nicht. Sie meint den Fleischer. Oh Mann, sie ist kein Schneider, es ist der Fleischer. Oma, Oma, mit dem Namen Lassawolf, mit dem Zeichen, in meinem Kleiner hat er mir keinen Anfang, die kleine Zeit durch dir und seine Braut, und dann wird dir abgetraut. Was? So wird es gemacht. Waseltoff! Waseltoff! Das wäre doch gelacht. Waseltoff! Waseltoff! Er ist der beste Mann, den Zeichel kriegen können, der Schneidermutter kann sein. Wir haben doch schon den Nachbarn bekannt gegeben, der Handel mit dem Fleischer ist perfekt. Die liebe Nachtmacht, Oma, wissen alles. Es ist perfekt, Oma, mit dem Flaschenlaser wohl. Es ist liebe Nachtmacht, klatschen, tratschen. Und dieser Laserfels, ich weiß, ihr macht euch die Halle heiß. Es war der Aserwolf. Es war der Fleischer.